Ein König einst war bös und mies, weil er sein Fussvolk hungern ließ. Ich weiss, es herrschen magere Zeiten. Abends schlucken, bevor sie schwäzen. F***, Torotea! Auch die Gemahlin hat gelitten. Die beiden haben oft gestritten. Ich betrüge übrigens seit Jahren. Der schlechte Kerl, wie kann er's wagen? Das Fussvolk will ihm an den Kram. Ah, guck, komm bitte! Er jedoch, wer hat's geahnt, hat seine Flucht schon lange geplant. Halt ja, ihr Lusen! Ein Sprung zur Wand und ab am Seil. Doch dieses ist zu wenig Stein. Tja, die Lektion ist ziemlich wichtig. Du sollst zwar raus, aber richtig. Ich hab doch nur das Gspass, Lexi. Jo-oho-hoho. 3